Ja, hallo und willkommen zu einem weiteren News-Sticker des Podcasts Schlagabtausch, den ich zusammen mit meinem Kollegen Timo Ickenroth durchführe. Ja, vieles ist wieder in der Dramaszene passiert, vieles wird passieren. Ganz wichtig, worauf ich euch darauf aufmerksam machen möchte. Der nächste Podcast ist unser 100. Wow, was eine Zahl, gell? Timo und ich, wir sind natürlich schon mächtig am Überlegen, was machen wir und wie geht es weiter. Und ganz wichtig, wir beide möchten, dass ihr unser Drum-Intro auch einmal spielt. Aber dazu gibt es gleich noch mehrere Infos. Des Weiteren möchte ich auch jetzt schon darauf hinweisen, dass wir unser Schlagabtausch-Podcast Drum-Cam vor kurzem hinter uns gebracht haben. Und was war es? Es war ein Spaß. Es war eine wahre Freude, allen Trommlerinnen und Trommlern zuzuschauen, mit euch zu arbeiten und Dram zu nerden, abends essen zu gehen, einfach eine gute Zeit zusammen haben. Und ich glaube, dieses gibt es nur bei uns Trommlern. So, aber genug gefaselt, ran an die Buletten, wie man so schön sagt und los geht's. Firmen-News Kein geringerer als Belly Greb ist im November für die Firma Sonor auf Kliniktour in Deutschland. Und zwar nach langer, langer Zeit mal wieder. Er war natürlich dauernd unterwegs mit seiner Brassband und von daher ist es klasse, dass er endlich wieder für Sonor bei den verschiedensten Drumläden in Deutschlands Station macht. Unter anderem am 11.11. bei InSound in Kiel, am 12.11. bei Music World in Brilon, am 13.11. bei Musik Witt in Passwerk, am 14.11. ist er bei Thomann in Burgebrach unterwegs, dann am 15.11. bei Musik Meisinger in Burghausen, am 16.11. im Drumladen St. Leon Roth und am 17.11. in der Drumstation, Meintal, ist er zu Gast. Also, das solltet ihr euch unbedingt nicht entgehen lassen. Die Brassband von Benny ist schon der Knaller, wenn ihr dort ein Konzert in der Nähe von euch seht, unbedingt hingehen. Dann auch Bennys Bekanntuch, seine Bücher, ich liebe zum Beispiel, Effective Practice for Musicians, ist super interessant. Also ein Ausnahmetrommler, den man, wie gesagt, lange Zeit nicht gesehen hat in deutschen Landen auf Kliniktour, hingehen ist ein Muss. Ein besonderes Bonbon gibt es noch am 14.11. bei Thomann. Denn bei Thomann gibt es ein Doppelkonzert-Workshop, würde ich mal so sagen. Und zwar kommt kein geringerer als Jus Nickel, den dürfte auch jeder durch seine Bücher oder Jan D. Leikeng. Stößt zum Benny hinzu und die beiden geben gemeinsam einen Workshop. Spielen sich wahrscheinlich, ja, um die Wette, werden um die Wette spielen. Denn also, wenn ihr in der Nähe seid, ihr solltet unbedingt dort hingehen. Das wird bestimmt ein ganz, ganz toller Workshop. Ganz wichtig, bei allen Workshops ist es natürlich so, es dürfen Fragen gestellt werden. Also löchert die beiden, denn die beiden sind nun wirklich in Deutschland gerade ganz oben an der Spitze. Also, hingehen. Eine weitere Film-News gibt es aus dem Hause Drumtech. Und zwar Drumtech Drum Bash 2024 Sticks, Deals und Beats gibt es. Und zwar Drumtech vergrößert sich und machen am 1. und 2. November machen sie einen Showroom in Goldbinnen 1 in 31840 Hessisch Oldendorf auf. Also, es gibt einen weiteren Showroom der Firma Drumtech. Was erwartet euch? Hands out. Das heißt, ihr könnt die neuesten Drum-Sets ausprobieren. Ihr könnt die neuen Produkte auswählen, wie zum Beispiel das neue Roland VAD 716. Dann die ganzen Sachen von F-Node sind dabei. Also, ihr solltet euch diesen Tag nicht entgehen lassen. Ihr werdet beraten. Es gibt exklusive Rabatte auf einige Drum-Sets. Und, ja, Besonderes für die Gäste. Es gibt Freibier und es gibt Würstchen umsonst. Ja, wenn das kein Grund ist, da hinzugehen. Das weiß ich auch nicht. Also, viel Spaß beim Drumtech Drum Bash Day am 1. und 2. November in Hessisch Oldendorf. Ebenfalls möchte ich ankündigen, unser neues Drumcamp geht nächstes Jahr an den Start. Und zwar am 12. und 13. April 2025. Es ist nur ein bisschen früh dahin, aber es sind jetzt schon einige Plätze nachgefragt. Und wir, nochmal ganz wichtig, wir sind limitiert. Das heißt, wir haben eine Kapazität von ungefähr 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die wir aufnehmen können, mit denen wir vernünftig arbeiten können. Also, sichert euch schon jetzt rechtzeitig einen Platz für den Schlagabtausch Drumcamp 2025 am 12. und 13. April. Und Timo und ich, wir freuen uns natürlich darauf. Näheres geben wir natürlich noch in Kürze bekannt. Aber Weihnachten steht ja vor der Tür. Also, wenn das kein gutes Geschenk ist, dann weiß ich es auch nicht. Wir freuen uns auf euch. Aus dem Hause Adoro durch den Geschäftsführer Stefan Kort ist uns eine besondere Snare ins Haus geflattert. Diese Snare wird nicht durch den Namen Adoro oder wird nicht mit dem Namen Adoro auf den Markt kommen, sondern sie ist von einem Mitarbeiter des Hauses Adoro, Tim Lenhardt, gebaut. Dazu dieser Snare, und auf sowas stehe ich ja natürlich immer total, gibt es eine Geschichte. Erstmal auch, Adoro steht für sehr hochqualitative Drums. Und so ist es auch mit dieser Snare Drum, obwohl sie nicht aus dem Hause kommen. Ganz stimmt es auch wieder nicht mehr, denn derjenige, der diese Snare gebaut hat, ist ja Mitarbeiter im Hause Adoro. Und zwar ist das der Tim Lenhardt. Tim Lenhardt ist ein begeisterter Pearl-Fan und hat sich schon immer für die Phenolic Kessel der Firma Pearl interessiert. Damals kam es so, dass er eine Verbindung zu dem Drum Tag von Eric Singer aufgebaut hat, weil er ein großer Fan von Kiss ist und von Eric Singer. Und da kam es dann zu so einem Austausch. Und die Story hinter der ganzen Geschichte, warum er das dann gemacht hat nochmal, ist so, er hat damals für Eric Singer aus mehreren alten Pearl-Sets mit Phenolic Kesseln dem Eric sein Phenolic Set komplett nachgebaut. Das seht ihr hier im Foto eingeblendet. Also er hat die komplette Kiste selber nachgebaut. Ich finde, die Arbeit, die dahinter steckt, ist einfach Wahnsinn. Was er da an Zeit und reingesetzt hat, finde ich einfach der Knaller. Das Gemeine ein bisschen an der Geschichte ist, ich habe ja eben erzählt, das hat er mit dem Drum Tag so ein bisschen von Eric Singer eingefädelt. Und Eric Singer war so begeistert durch diese Aktion, weil er dieses komplette Set nachgebaut hat, dass er Tim Leonard zwei Phenolic Snare Drums geschenkt hat, hat diese signiert, extra für Tim. Aber der Drum Tag, dass das hinterher alles rauskommt, hat, ja, die hat er auch bekommen. Aber der Drum Tag hat nie gesagt, dass Tim Leonard eigentlich dieses Set gebaut hat, sondern er tat so, als ob das seine Eigenkreation wäre. Überhaupt nicht schön. Und von daher nochmal, Tim, Chapeau, dass du das so alles gemacht hast. Aber sowas gibt es halt immer wieder. Aber jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, Denn Tim hat dann aus einem ehemaligen 14er-Konzert-Tom, hat er dieses schöne Stück herausgearbeitet, unter dem Namen Drum Legacy, was quasi seine eigene Kreation und seine eigene Schaffensart und Weise ist. Also dieses Snare Drum besteht aus einem Phenolic Kessel, hat einen 42 breiten Spiralteppich unter der Snare Drum, aber ich bin ja ein totaler Fan davon. Finde ich super schön, super ästhetisch, auch das Snare Drum Badge. Die Snare Drum ist, wie soll es anders sein, mit einem Adoro Resonanzfell und mit einem Adoro Heritage Fell ausgestattet. Und ich bin ja ein wirklich großer Fan der Doro Fälle geworden, denn sie klingen wirklich anders. Sie lassen sich anders spielen. Es ist wirklich eine Alternative gegenüber allen anderen Markenherstellern im Moment auf dem Drum-Markt, weil sie einfach etwas anders sind. Sowas finde ich ja auch schon immer klasse. Also, aber dieses Snare Drum hört ihr demnächst im Test, eigens im Podcast, als Video- und Audiodatei. Also seid gespannt und Tim, Respekt, dieses Snare Drum klingt fantastisch und ihr werdet es demnächst im Podcast hören. Unsere 100. Folge steht in den Startlöchern. Ich habe es eben schon angeteasert. Timo und ich möchten, dass ihr unser Drum-Intro nachtrommelt. Es ist egal wie. Wir würden uns über eine Audiodatei, Videodatei natürlich auch, wenn wir es, weil wir wollen die Sachen, die wir als Video kriegen, hinterher auch auf unserem Kanal veröffentlichen. Muss aber auch nicht sein. Also wir möchten auf jeden Fall, dass ihr unser Drum-Intro spielt. Das kann auch ein völlig anderes Drum-Intro sein, was ihr vielleicht mit dem Schlagabtausch einfach in Verbindung spielt. Ihr könnt es einfach nachspielen. Ihr könnt es umändern. Ihr könnt komplett was Eigenes kreieren. Aber damit ihr so eine Art Blueprint habt, habe ich mich dazu entschlossen, mit dem Timo zusammen, die Anregung kam durch den Timo, Mensch, mach doch mal ein kleines Tutorial, wie du denn das Drum-Intro gespielt hast. So, dies möchte ich jetzt tun. Es gibt eine lange Folge dieses Drum-Intros auf meinem YouTube-Kanal und auf dem Podcast. YouTube-Kanal wird der hochgeladen, aber eine kleine Variation findet ihr hier schon mal. Einen kleinen Teaser, damit ihr überhaupt wisst, worum es sich handelt. Eins und zwei und drei und vier. Und... Reihe und vier und... Ein bisschen schneller. Eins, zwei, drei und vier und... Also, ich bin gespannt auf eure musikalischen Ergüsse. Wie gesagt, es ist völlig egal, die Qualität ist egal. Wir würden uns einfach mega freuen, wenn ihr unser Drum-Intro einmal in eurem Sinne nachtrommelt. Wir sind gespannt und freuen uns mächtig auf eure Einsendungen. So, ihr Lieben, das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein mit dem News-Sticker des Podcasts Schlagabtausch. Ja, denkt da dran, die hundertste Folge rückt immer näher. Timo und ich freuen uns riesig da drauf. Wir beide gestalten diese Podcast-Folge selber, also reichhaltig einschalten und besonders, wenn euch unser Podcast gefällt. Bitte sagt es weiter. Wir können gerne noch wachsen. Und ja, freut euch drauf. Bleibt uns gewogen. Passt auf euch auf. In diesem Sinne eine gute Zeit. Euer Dirk Brandt. Tschüss. Puckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckpuckp